Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast zu einer neuen News. Tito Ortiz gegen Anderson Silva, der Boxkampf, auf den alle gehofft haben, er wird endlich wahr. Ja, naja, alle Infos gibt es in dieser Episode, viel Spaß. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Tja Leute, nachdem Anderson Silva gegen Julio Cesá Chávez Jr. geboxt hat und das Ganze auch gut gemacht hat und sogar den Sieg bekommen hat, obwohl sie in Mexiko geboxt haben, dachte man eigentlich, Anderson Silva will eine ernsthafte Boxkarriere anstreben. Er will doch tatsächlich vielleicht sogar nochmal im Boxring was reißen, nachdem er ja gegen einen wirklich hochkarätigen Gegner geboxt hat. Und zuerst stand Logan Paul im Raum. Eigentlich hieß es tatsächlich, Logan Paul gegen Anderson Silva soll stattfinden, aber nun sieht das Ganze ganz anders aus. Denn wir wissen ja, Vitor Belfort, der ehemalige UFC-Fighter, boxt gegen Oscar de la Hoya. Ja, das ist an sich eigentlich schon eine komische Sache, aber es geht natürlich noch verrückter, denn Tito Ortiz kehrt jetzt auch in den Boxring und Box gegen Anderson Silva. Das Ganze ist eigentlich ziemlich komisch. Tito Ortiz hat Politikkarriere gemacht, als Unterstützer des letzten US-Präsidenten Donald Trump und war da auch, aber auf jeden Fall gewählt und saß dann auch im Stadtrat, kann man das quasi so formulieren, das US-Recht und die US-Politik ist da noch ein bisschen anders als in Deutschland. Aber Tito Ortiz war dort Politiker, ist dann aber zurückgetreten. Tito Ortiz galt als Maskenverweigerer und als Verschwörungstheoretiker. Und es ist überraschend, dass Tito Ortiz tatsächlich nochmal in den Boxring steigt. Ich meine, er hat jetzt vor ein paar Jahren gegen Chuck Liddell gekämpft und da hat man eigentlich schon gesehen, okay, Tito Ortiz ist doch schon uralt, wieso tut er sich das noch an? Und ich frage mich tatsächlich, wieso tut sich Tito Ortiz das hier jetzt gegen Anderson Silva an? Ich meine, Anderson Silva ist eigentlich ziemlich gut im Boxen. Er sah, wie gesagt, nicht übel aus gegen einen Julio Cesar Chavez Jr. Und Tito Ortiz auf der anderen Seite, der war natürlich UFC-Champion, aber das ist auch so viele Jahre her. Ja, ich denke, die allerwenigsten werden tatsächlich Tito Ortiz noch aktiv in der UFC zugeschaut haben, denn dass er aktiv in der UFC gekämpft hat und wirklich gut war, auf seinem Zenit war, ist, wie gesagt, viele, viele Jahre her. Ich denke, Anderson Silva wird diesen Boxkampf machen. Ich denke, Anderson Silva ist der bessere Boxer. Anderson Silva ist immer noch in Form. Tito Ortiz auf der anderen Seite, ja, der lebt natürlich von seiner Vergangenheit. Deshalb wurde er ja auch gewählt. Er wurde gewählt, weil er eine berühmte Person ist, eine Persönlichkeit ist. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ganze ein enges Ding werden sollte. Anderson Silva wird das lockerflockig machen. Ich denke, innerhalb der ersten fünf Runden. Am 11. September soll dieser Boxkampf stattfinden. Wie gesagt, sollte das Co-Main-Event werden von Oscar de la Hoya versus Vitor Belfort. Und dann war es das mit der aktuellen Episode. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Folgt Will of MMA auf Instagram und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!